Nachdem der Treppenlauf in Peking erledigt ist, nutze ich die Zeit doch zwischen dem einen Treppenlauf in Peking und dem anderen in Chongqing, um ein bisschen Sightseeing zu machen und da darf natürlich für einen Treppenlauf für die chinesische Mauer definitiv nicht fehlen. Die chinesische Mauer müsste, glaube ich, eigentlich eher chinesische Treppe heißen, weil die hat hier so viele Stufen. Und das Schöne ist, jede Stufe ist anders. Absätze mit so einer Höhe drauf, da kommt man hier richtig ins Schwitzen. Wenn ich mir vorstelle, so eine chinesische Mauer bei uns im Schwarzwald zu haben, das wäre wirklich fulminant, weil da könnte man wirklich Treppenlaufen ohne Ende. Ich wüsste nur noch nicht, gegen wen wir uns verteidigen sollten im Schwarzwald, aber zum Treppenlaufen wäre es fantastisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017